Durchsage, Durchsage, hallo? War für mich, als mein Sohn mich zum ersten Mal angeschaut hat, im Krankenhaus. Lasst uns zusammen Glück schmieden, zusammen aussieben, Atome, Moleküle, Hormone, Fechhormone. Zusammen einfangen die Luft von unruhigem, verpasstem, verbotenem, von deinem, von meinem, von unserem Glück. Haben Sie ein vernachlässigtes Glück? Wenn ich morgens aufwache und in den Wald schaue. So, bitteschön. Hi. Hi. Wir sind von der Gesellschaft für glücklich machende Angelegenheiten. Ich habe schon gehört. Ja, super. Aber das ist Zufriedenheit. Ja, das ist doch toll. 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 Bitteschön. Bitteschön. Hallo, ich verteile freie Glücksgürkchen. Möchten Sie eins? Nee, danke. Wir haben gerade was hier. Dankeschön. Danke. Ich bin wirklich glücklich. Ja, schön. Viel Glück. Günder. Oder ich tausche eine Version von einem glücklichen Leben gegen Glückstränen oder Glücksluft. Das ist ja zum Einfangen der Luft von dem Balkon die Glücksmomente vielleicht. Ja. Ne, mit der Blume, das passt doch. Ja. Seid ihr unglücklich? Nein. Ihr seid glücklich? Ja. Aber ihr seid niemals schon glücklich? Nein. Nein. Das ist sehr schön. Das macht mich zum Beispiel mega traurig. Mega traurig, dass die Masse, ja, ich bin jetzt gesagt, ob beim Yoga gestern, wo wir das erste Mal waren, war mega schön. Und dann sitzen wir beim Tee und dann brachte ich überall raus. Ich war der einzige Exoten. Wie viele Jahre haben gleichaltrige Frauen in der Schule? Also neun, sechs oder drei? Weltweit. Alle Männer und Frauen. Ja. Durchschnittlich. Ja, ja, ich meine das. Durchschnittlich. Ja, dann sage ich sechs. Wir hatten ja gerade die Grundschule für Mädchen. Okay. Die Antwort ist tatsächlich A. Oh Mann, besser als mein Mensch. Die Antwort haben laut Schätzungen im 188. In der Landfrauen 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 in der Landfrauen. Und jetzt kann man sich eine Tüte auslösen. Also, es ist mir geht jetzt nach Hause. Lösen wir dich. Glück? Nein. 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 Das Kalte ist nicht unsere Schuld. Das Kalte ist für sich nichts. Untertitelung des ZDF, 2020